Liga 2 richteten sich bereits am Samstag auf den Laptop. Damals ging es um das Ergebnis des Spiels Altenholz gegen Rostock, welches frenetisch gefeiert wurde. Schließlich hatten die Dessau-Roslauer gerade den 11. Tabellenplatz zurückerobert. Da der WHV auf Liga 2 verzichtet, käme das derzeit am Ende der Saison Platz 10 gleich. Wie wichtig dieser 10. Platz ist, zeigt das Ergebnis der Klage des DHC Rheinland, denen durch das Schiedsgericht die Lizenz für Liga 2, wenn auch unter Auflagen, erteilt wurde. Eine Notnagel zur Qualifizierung für die Relegation gibt es vorerst nicht mehr. Ohne den Schiedsspruch hätte auch der 11. Platz zur Relegation in die eingleisige 2. ausgereicht. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also der DHC hat seine Lizenz nicht erhalten, sondern es gibt einen Schiedsspruch, in dem gesagt wird, wenn bis zum 11. Juni das Insolvenzverfahren abgeschlossen ist, dann wird dem Antrag in die 2. Handball-Bundesliga, dem Lizenzantrag, kann stattgegeben werden. So ist das. Das bedeutet, dass echte Klarheit erst ab 11. Juni herrschen könnte. Wir uns darauf aber nicht verlassen wollen, eigentlich schon noch nie wollten. Und jetzt nur mehr denn je wissen, es muss in Amstetten ein Sieg ran, damit es ein sicherer 10. Platz wird und damit der normale Relegationsplatz möglich ist. Währendshafen, Dessau-Roslau und Altenholz stehen derzeit punktgleich auf den Plätzen 10, 11 und 12. Der WHV empfängt am letzten Spieltag den Tabellensweiten aus Minden, der DHV muss zum Tabellendritten Amstetten und Altenholz zum 14. nach Edewecht.